die schwerste lawine in ganz roh block das hier überleben ok schön hier ist auf jeden fall genau diese teile aber wir haben auch der riesige oben zu kommen okay das schaffe ich das schaffe ich habe ein gutes gefühl so knapp gerade ist sie auch so krass aus stell dir vor du rutsch jetzt wieder ganz unten als die belastend wäre das ich bin level 0 wie bist du denn schon level und wir müssen das maximum level zu erreichen ja der ist schon oben was und ein wackelpudding ich habe schon geschafft ich bin fast oben ich bin fast oben ich will auch den überholen ich überhole den noch ich überhole dennoch ja ich habe es auch mal gucken wie gleich das nächste ist alter krass okay okay jetzt haben wir noch ein weiteres level von der avalanche die ganze zeit mega knapp aber alles gut alles in ordnung ich hoffe oh mein gott da rutscht er gerade runter getroffen ich hoffe du wirst doch getroffen gleich oh mein gott er wurde ja auch getroffen nein wo bist du ich war aber mein gott ich bin da hängen geblieben ich sehe dich oh mein gott das ding nein ich sehe dich nein ich habe nur noch ein leben oh mein gott ausweichen ausweichen wer von uns beiden schafft das ich habe es jetzt ich habe das ich habe das ich habe das ich bin vor dir oben ich bin vor dir oben niemals niemals safe 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 ich bin hier neben dir ich bin neben dir ja das war es mit dir oh die wird geholt und ich habe das noch oh nein nein ich rutsche auch runter oh Gott ja alles gut ich hoffe das ich hoffe das hier runter die letzte minute die letzte pass auf da nein ich bin da auch drauf gegangen Mann ey was lassst du so und nun kann die ganzen Sachen nach unten werfen du meinst du bist oben meinst du wohl eher oh Gott jetzt schmeißt du da oben die Sachen runter oder was und schmeißt du die Sachen runter das ist ja voll cool oh ich kann ja etwas so runter werfen oh was okay okay jetzt kann ich dir schlecht zack warte oh ich muss auf jeden Fall da musst du alles was an können hier lang schon hoch hier oh Gott oh Gott ich sag dir du wirst mich nicht einmal treffen da oben ich werde dir ausweichen wie ein Profi niemals niemals natürlich alter das schmeißt du dir einfach die Bausteine runter ich glaube ja ja guck mal jetzt kann doch hier zack den Fernseher ey du hast bisher noch keinen getroffen wie kann man so schlecht werfen frage ich mich ja warte ab jetzt hier wie kann man so schlecht wow der Fernseher wow jetzt geht's ab oh guck du jetzt werbe ich gerade richtig viel runter ey du hast gerade den ersten getroffen oh nein sehr gut nein mich hast du auch getroffen oh Gott oh mein Gott jetzt kommt richtig viel runter oh mein Gott jetzt kommt alter was schmeißt du da gerade alles runter sag ihr werdet niemals überlegen alter und korrekt der stärkste werfer oh mein Gott du hast jetzt ziemlich ziemlich viele getroffen aber ich schaff's ich schaff's noch nein du hast mir den Headshot gezogen warte ja wohl ich auch den George gekillt da kenn ich aber was da kenn ich aber was hier da muss ich mal ganz gut hier was gucken so zack oh mein Gott jetzt kommt hier ordentlich jo was sind das denn noch alles ich schaff das jetzt ich schaff das noch eins hört sich haben noch Zeit alles gut wir schaffen das noch zack oh mein Gott oh mein Gott muss den holen der ist das oben 1,24 habe ich noch oh nein oh mein Gott war das knapp die haben mich getroffen ey der kommt hier gerade runter ey ich muss mich hier hinter verstecken hinter den Sachen ich glaube das ist schlauer ey verdammt aber ich kann nicht noch vielleicht einen holen hier es läuft keiner mehr es sind schon alle hochgelaufen es ist keiner mehr am laufen ja ich habe ihn noch getroffen oh mein Gott der war ganz oben ich habe ihn noch getroffen schaffe ich das noch ich muss den ich bin der letzte überlebende ich bin der letzte oh Gott die Bombe ich muss wirklich jetzt zusehen ich muss wirklich zusehen ich habe noch 50 Sekunden Zeit hier ich bin der letzte der am laufen ist das mache ich nochmal autopilot jetzt kommen wir auf jeden Fall ein paar Dinge jetzt hier nochmal runter nein 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 bitte hohe ab bitte lass mich in Ruhe 40 Sekunden ich könnte es noch schaffen ich könnte es noch schaffen wenn ich jetzt durchziehe ich höre jetzt alles runter oh die Schaufel oh nein das war ganz ganz knapp da bist du oh mein Gott du wirst auf jeden Fall du wirst drauf gehen sag ich dir jetzt schon ich schaffe das in den letzten 30 Sekunden schaffe ich das jetzt noch zieh durch zieh durch zieh durch oh nein flattern ich schaffe es noch 15 Sekunden oh mein Gott schmeißt du denn da alles nein nein ich schaffe es ich schaffe es ja 10 Sekunden wie gut war das denn das ding ist nach oben geschafft alter einfach geschafft wie eine maschine ich habe auch die möglichkeit andere leute zu schubsen was das kannst du auch ich gerade so ein klein genommen wieso läuft er so langsam was ist das denn ich werde es einen schubsen ich werde es den schubsen oh mein gott oh mein gott du bist ja voll der asi ich hab gerade gesehen der ist noch ganz unten gerutscht oh mein gott das ist doch richtig cool das war so viel spaß aber bitte ab da ist direkt links neben mir dann schubst den mal runter schubst den mal runter auf das traue ich nicht das traue ich nicht der typ ist level 33 ist auch entwickler und ja der band ich dann auch das knapp kann ich mir genau weiter aufpassen oh mein gott mein gott meiner findet den reset button was das ist denn der reset button war ein knopf auf den haja jetzt bin ich wieder der werfer und ich werde auf jeden fall niemals überlegen gar nichts wirst du da oben du wirst nicht einen treffen du wirst nicht einen alles wieder mitnehmen jetzt hier ja ja es kommen so viele teile gerade runter oh gott oh gott schön ausweichen hier schön ausweichen ja so ist gut so ist gut ich kann das theoretisch einem schlag runter hauen ja du hast bisher hast du noch doch du hast schon zwei du hast schon drei getroffen mich auch jetzt kommt richtig viel runter oh mein gott kommt richtig viel runter alles anscheinend alle gerade oh mein gott alle leute das ist der werfer aller zeiten ich sag's aber ist gut da oben läuft aber einer gerade auf gut wer läuft da gerade gut zu ja der wird aber der will jetzt von mir geholt nein ich wurde schon wieder getroffen verdammte achse doch eins oder da kommen wir da kommen wir so viel runter hier rüber hier rüber hier ja ich muss mich respawn muss ich einfach gekillt gerade was kann jetzt machen damit sind dann noch welche ja noch einige noch eins schaffen alle noch nach oben niemals jungs niemals kannst du auch mehrere sachen gleichzeitig schmeißen weiß ich nicht ne ne man kann nur eins der zeit auch oder ich kann es aber die sachen halt so ein bisschen weiter schubsen so richtig dicken reifen oder was nehmen oh nein ich bin tot doch sehr gut verdammte axt du hast mich gekillt einfach mal ist da schon irgendwo noch einer oh mein gott eine schaffstleisch ich glaube einer ist dann auch der eine schaffstleisch ja er wurde geholt er wurde getroffen er wurde sogar so jetzt hier schön jetzt hier den fleisch treffen den fleisch treffen ich muss ich muss den erster platz ich bin noch gar nicht tot ich werde dritter ich bin nämlich noch gar nicht tot ich habe mich überlebt ich bin der letzte ich bin der letzte läufer oh mein gott oh mein gott du bist da lass mich lass mich ich habe ich habe es geschafft als letzter du bist ja so der schlechte werfer oh mein gott ich habe es am ende noch mal geschafft lasst ein like und auch ein abo da für diese folge und für mehr roblox folgen du bist ja gerne als von anderen videos aus und wir sehen uns morgen im nächsten wieder auf der wunderschöne ab bis dahin und ciao ciao